Es gibt Zeiten, in denen alles perfekt ist. Zwei Menschen, wie füreinander gemacht. Eine Liebe. Die unzerbrechlich scheint. Freude, Glück, Leidenschaft. Doch nichts wird ewig. Hält ihre Liebe der Gesellschaft stand. Wie man holzt, wird in seinem Leben. Auch sie lernt jemand anderen kennen. Sie konnte denn, sie begegnen sich. Und er versucht, sie zu vergessen. Otto! Für wen wird er sich entscheiden? Gideon! Danke, Kete, was hast du nun? Gideon, Jesus, was hast du? Willst du mich heiraten?